Ich stelle mich hier mal so ein bisschen hin, dass Sie sehen, dass hier eine kleine Ansprache erfolgt. Ich bin eigentlich nur derjenige, der Sie dazu versammeln, Herr Jäger. Vielleicht, dass Sie mal in das Foyer kommen. Liebe Freunde, wir können schon kunstwein sind die Besucher der heutigen Ausstellung von Stefan Müller. Ich begrüße Sie alle sehr herzlich im Namen des Vorstands. Ich freue mich sehr, dass Sie hier nochmal eine sehr schöne Malereiausstellung von Herrn Sören Kammel sehen. Herr Sören Kammel hat es in der Zeit, in der hier bei uns aktiv wurde, geschafft den Kunstverein nochmal typografisch vom Design her und auch von der Klarheit seiner Ausdrucksweise, ob das die Einladungen sind oder das Katalogwesen, dass Sie hier unten sehen können, sozusagen den Take-Home-Point, wie man auf den Radiokompressen sagt. Für kleines Geld nehmen Sie eine Erinnerung mit und haben etwas zu Hause, können nachblättern. Und wenn Sie dann noch mehr wissen wollen über den Künstler, dann gehen Sie ins Internet. ande Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.